Und hier, Brezen. Willste an dir knabbern lassen? Ja. Ja. Diese junge Frau aus Ausburg, mittlerweile schon 18 Jahre alt, hat eine Brezen um den Hals, sucht einen Mann. Oh, hier, kick mal, kick mal hier. Fünf Meter, kommt mal her, ja? Hier. So, jetzt wollen wir mal schön aufstellen, ja? So. Also, das würde ich mal sagen, das ist ein Dekolleté, ja? Hier, eh ohne Jacke. Das ist mal Dekolleté hier, ja? Das ist ein bisschen zu hoch hier. Da fehlt das Blüschen, ja? Da süße Maus, das lenkt ein bisschen vom Ausschnitt ab hier, ja? Und hier Brezen, na ja. Willste an dir knabbern lassen? Ja. Ja. Jetzt muss ich mal fragen, wie alt seid ihr? Fünfzehn. Siebzehn. Achtzehn. Siebzehn. Achtzehn. Hätte man nicht geglaubt, wa? Ich hätte gesagt, dreizehn, zwölf, vierzehn. Nee, das ist gemein, das macht man nicht. Seid ihr das erste Mal heute auf der Wiese? Nein, zum achten Mal, neunten Mal. Durftet ihr damals im Kinderwagen auch schon mit? Ja, ist auch schon lang. Ja, seid ihr aus München? Nee, Augsburg. Extra angereist heute Morgen? Ja, Na klar. Und hat's lange gedauert? Nee. Mit'n Zug oder mit'n Auto? Zug. Okay, ne Führerschein von euch, oder? Ja, ne, 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 ne. Ja, ne, ne, ne. Alle Führerscheine, ja. Für Tretmobil wahrscheinlich. Und, und Männer irgendwie? Männer? Nee. Nee. Mann sitzt daheim. Gar keinen. Gar keinen. Such's? Ja. Ja, warte mal. Guck mal her. Hier. Guck mal her. 18 Jahre alt, hat ne Brezel um den Hals, sucht nen Mann, ja? Wie soll er denn sein? So wie Icke, ja? Ja, ich bin ein Brüller, ich bin ein Brüller. Hier, Pippi Langstrumpf für Arme haben wir jetzt hier, auch aus Augsburg, 18 Jahre alt. 17. Ja, ich bin wieder älter gemacht. Darf aber schon alles, ja? Ja, schöne Dirndl hat's an, Oberweite wächst noch bis 20. So, du suchst auch Mann? Ja, ja. Oder mehr einen Jungen für den Sandkasten? Nee, das nimmer. Also, kein Jungen für den Sandkasten, sondern Mann für das Wattgescheid. Wie soll der sein? Blond, größer als ich. Das bin ich. Ich hab Friedhofsblond. Nee, das will ich nicht. Ja, bin ich dir zu alt, ja? Naja, geht schon. Na ja, super. Wenn ich den nachher sehe, bringe ich den Mann mit. Ja, ist okay. Ein paar zum Auswahl. So, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß, wir müssen mal weiterkicken.